Hi, hier sind wir wieder mit den Timezone News vom Roten Sofa. Ich bin Daniel und hab wieder coole Releases für euch am Start. Als erstes haben wir da das neue Type Mower Album. Die Jungs sind gerade auch auf Tour und haben ein neues Video draußen. Also checkt das auf jeden Fall mal auf ihrer Website oder bei Facebook aus. Und wir hören auch direkt rein. Als nächstes habe ich ein Live-Album für euch. Das ist GRID von Gordy Tentries und Jackson Haldane. Das Spannende daran ist, nicht nur, dass es das auch als Vinyl gibt, sondern es ist ein Live-Album. Und das als Debüe-Album ist ja schon relativ ungewöhnlich. Aber die beiden haben zusammen über 500 Konzerte gespielt und haben 10 unterschiedliche Instrumente dabei. Und es ist einfach super cool recorded. Das lohnt sich in jedem Fall. Deswegen hören wir uns auch das mal an. Bis zum nächsten Mal. Und als letztes habe ich für euch heute noch die junge Band Malun aus Hamburg. Supergeile Stimme, tolle Musik. Und auch da hören wir jetzt nochmal rein. Bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder für heute. Wir sehen uns nächste Woche und friert euch nicht die Nasen ab. Bis dann. Tschüss.